Herzlich Willkommen zur Asklepios Informationssendung. Wenn es in der Hüfte weh tut oder im Knie und wenn man schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dann liegt der Verdacht einer Arthrose nahe. Immerhin fünf Millionen Menschen leiden in Deutschland unter diesem Gelenkverschleiß. Und man muss sich dann fragen, muss es jetzt eine OP sein oder kann man diese Schmerzen anders behandeln, dann kann man die Arthrose anders behandeln. Darum geht es hier heute. Bei mir ist Prof. Dr. Heiko Greichen. Er ist Chefarzt der Orthopädie und ärztlicher Direktor der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe in Schwandorf in der Oberpfalz. Schön, dass Sie da sind, Herr Prof. Greichen. Sagen Sie uns erst einmal, was passiert eigentlich genau bei der Arthrose? Ich erkläre es meinen Patienten immer so ein bisschen mit der allgemeinen Alterung. So wie wenn Sie sich die Fotos von früher anschauen, die sich im Gesicht verändert haben, so verändern sich letztendlich auch Ihre Gelenke. Und dort ist es so, dass der Knorpel zum einen an der Menge abnimmt, zum anderen aber auch an der Qualität abnimmt. Also er kriegt sozusagen die Falten des Gesichtes. Das heißt, er wird weniger elastisch und dadurch auch weniger belastbar. Das heißt, das kann eigentlich jeder kriegen oder führt man sowas versehentlich, aber doch mutwillig herbei? Ein salopper Spruch heißt, das kriegt jeder, man muss nur alt genug werden. Und unsere Gesellschaft wird immer älter und von daher wird das sicherlich ein großes Thema werden. Das ist schon ein großes Thema, aber es wird zukünftig immer größer werden. Und dann gibt es natürlich noch die Risikofaktoren, die hinzukommen. Also es gibt eine gewisse erbliche Komponente gerade am Knie. Dann haben wir natürlich das Thema Übergewicht. Wir haben Sportverletzungen, wir haben Achsfehlstellungen, angeborene Fehlstellungen. Also all das kann das Ganze nochmal beschleunigen, sodass es ja doch relativ viele Menschen, wie Sie auch schon gesagt haben, erwischt. Ja, die Symptome, ganz platt gesagt, wahrscheinlich wird es um Schmerzen gehen dabei. Aber kann man an der Art der Schmerzen erkennen, dass es eine Arthrose sein könnte? Auch als Laie, als Betroffener? Also ich glaube schon ein bisschen. Also wenn das zum Beispiel ein Schmerz ist, der einfach in der Ruhe auftritt oder der typische Anlaufschmerz. Das sind so Situationen, wo man an Arthrose denken sollte. Der Belastungsschmerz ist nicht immer ganz spezifisch. Der kann auch mal bei anderen Erkrankungen oder Verletzungen vorliegen. Tut es immer genau da weh, wo auch das Gelenk ist? Ne, leider nicht. Das würde es für uns auch ein bisschen leichter machen. Gerade die Leute mit einer Hüftarthrose kommen häufig mit Knieschmerzen oder teilweise auch tiefere Rückenschmerzen. Also sie schaffen es nicht so genau, es genau dahin zu projizieren, wo eigentlich die Hüfte ist. Und das ist dann halt Teil der Diagnostik herauszufinden, wo ist denn wirklich das Problem. Ich habe mal gehört, dass es bei Hüftgelenksarthrosen häufig im Oberschenkel weh tut. Und da sagte dann der Arzt, je jünger man ist, desto weiter unten im Oberschenkel ist der Schmerz. Also das ist nicht etwa ein Muskelkater oder Muskelschmerz, sondern das kommt von der Hüfte. Wie erklärt man sich das denn? Es scheint dieselbe Nervenversorgung zu sein, Hüfte und Knie macht von der Schmerzversorgung her. Und da ist diese Projektion relativ typisch. Also gerade bei den Kindern, also so Fünfjährige, Zehnjährige, wenn die ein Hüftproblem haben, dort gibt es ja auch schon Hüfterkrankungen, die kommen eigentlich immer mit Knieschmerzen. Und jedes Kind, das mit Knieschmerzen in die Klinik kommt, muss man auf jeden Fall die Hüfte abklären. Ja, abklären, das ist das Stichwort. Mit welchen Instrumenten, mit welchen Geräten machen Sie das? Ich glaube, ein wichtiger Teil ist tatsächlich das Gespräch, um herauszufinden, was sind die Probleme, die der Patient hat, die Einschränkungen, was kann alles im Alltag nicht mehr. Wo zwickt es, wann zwickt es, um auch einen Eindruck zu haben, wie groß ist der Leidensdruck, wann muss ich was machen. An Diagnosemöglichkeiten ist es zum einen die Untersuchung, einfach zu gucken, welche Bewegungseinschränkungen habe ich, welche Gelenkinstabilität habe ich, diese Dinge. Und dann gibt es die bildgebende Diagnostik vom klassischen Röntgenbild über den Ultraschall bis zum Kernspin. Auch um das nicht zu verwechseln wahrscheinlich mit Rheuma? Ja, also jetzt gerade am Kniegelenk zum Beispiel ist ja nicht immer ganz klar, ist es vielleicht doch nur ein Meniskusriss oder haben wir doch einen Knorpelschaden im Vordergrund stehen. Und von daher ist manchmal die Abklärung mit so einem Kernspin ganz sinnvoll. Ja, jetzt liegen da ja schon die künstlichen Gelenke. Aber trotzdem, bevor wir zu dem Thema Operation kommen, kann man so eine Arthrose auch ohne Operation behandeln? Ja, es ist ja ein stufenweises Therapieschema. Also der Patient kommt ja nicht zum ersten Mal in die Praxis, wenn er sozusagen nur noch fünf Meter gehen kann, sondern das ist ja etwas, was sich andeutet und auch über eine gewisse Zeit geht. Und dann begleitet der Orthopäde ihn normalerweise doch einige Jahre. Und das beginnt ganz banal mit Behandlungen über die Krankengymnastik, über Spritzentherapien, über Elektro. Also da gibt es verschiedene Variationen und erst wenn das nicht funktioniert, dann muss man irgendwann mit dem Patienten über das Thema Operationen diskutieren. Aber das ist häufig ein Zeitraum von mehreren Jahren. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise das Knie mal auswählen, um daran zu diskutieren. Also wenn es dann eine OP werden müsste, muss es denn auch immer gleich eine Prothese sein? Ich habe, wie Sie schon gesagt haben, ich habe ein Modell mitgebracht, um einfach mal auch klar zu machen, wie so ein Knie ausschaut. Also ich klappe es mal auf. Ja. Sie sehen also jetzt hier sozusagen die Einsicht ins Kniegelenk. Danke. Und diese Strukturen hier, das ist der Oberschenkelknorpel. Aber Sie sehen auch dazwischen haben Sie letztendlich sowas wie zwei Stoßdämpferscheiben. Das sind die Menisken. Dann haben Sie hier noch eine Struktur. Das ist hier vorderes Kreuzband. Da gibt es da hinten noch ein hinteres. Und hier an der Seite auch noch Bandstrukturen. Und die Therapie der Arthrose in den frühen Stadien ist natürlich nicht der Gelenkersatz, sondern gerade bei den jüngeren Patienten kann man doch heutzutage auch über Knorpelersatztherapien schon das eine oder andere machen. Oder auch in den frühen Stadien, wenn zum Beispiel eine Instabilität von Seiten des Kreuzbandes hinzukommt oder eine starke Obeinfehlstellung, dann wird das Gelenk stabilisiert über eine Kreuzbandoperation oder die Achse korrigiert, um letztendlich die Arthrose in ihrer Progression zu verlangsamen. Ja, und dieser Knorpelersatz, ist das mittlerweile einfach möglich? Oder gibt es da noch so viele Komplikationen, dass man sagen muss, es hat nicht lange Sinn? Also ich glaube, die Indikationsstellung wie immer in der Medizin ist das Entscheidende. Für wen ist es das richtige Verfahren? Und da muss man leider sagen, dass doch eine große Menge an Patienten leider ausscheidet, wenn sie ein gewisses Alter überschreiten, wenn der Knorpelschaden doch zu weit ist, dann muss man sagen, dann ist einfach die Knorpelzelltransplantation nicht das Richtige. Von daher ist auch die allgemeine Meinung der Patienten, ich warte mal so lange, bis es gar nicht mehr geht, oft gar nicht richtig, weil dann kommen sie so spät, dass verschiedene, viel kleinere Verfahren ausscheiden. Also manchmal ist es doch besser, vielleicht früher den Facharzt aufzusuchen. Ja, dann bleibt es auch für uns beide jetzt, dann doch über die Prothese wahrscheinlich zu reden, wenn wir jetzt bei dem Thema Knie bleiben. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, eine Prothese einzusetzen. Hier haben Sie ja zum Beispiel, glaube ich, eine, das ist eine Teilprothese, glaube ich, das andere sind Vollprothesen. Könnten Sie uns da erklären, was da Vor- und Nachteile sind, wann Sie das einsetzen? Ja, also früher war es so, dass es letztendlich ein Implantat sozusagen im Haus gab, was für alle Patienten hergenommen worden ist. Aber man muss sagen, in der Zeit der Spezialisierung und der zunehmenden Differenzierung auch der Therapie, ist es nicht ein Implantat, das für alle Patienten eingesetzt wird. Und von daher gucken wir schon sehr genau, wo liegt der Knorpelschaden? Braucht er wirklich ein ganzes Knie oder ist ein sogenannter Schlitten vielleicht ausreichend? Das hängt von vielen Faktoren ab. Also wie schwer ist der Patient? Wie sieht sein Alltag aus? Wie ist die Beweglichkeit noch des Gelenkes? Wie ist die Achse? Also da sind viele Dinge, die letztendlich dazu führen, ob wir die Entscheidung treffen, können wir kleiner bleiben oder müssen wir größer werden? Und wie groß ist das dann im meisten Fall oder im schlimmsten Fall? Also ich würde mal so sagen, 90 Prozent der künstlichen Gelenke sind letztendlich vom Prinzip her Oberflächenersätze. Also es wird, wie das Wort schon sagt, die Oberfläche ersetzt. Also ich erkläre es meinem Patienten immer wie beim Zahnarzt. Sie verlieren nicht den ganzen Zahn, sondern es wird überkronend. Also es werden über spezielle Schablonen mehrere Millimeter weggenommen und dann werden diese Millimeter letztendlich so ersetzt, dass das die Form ihres ursprünglichen Kniegelenkes wiederherstellt. Das ist für den Oberschenkel so und am Unterschenkel ist es noch ein bisschen leichter, weil es letztendlich nur ein Sägeschnitt ist, wo Sie aber auch nur ein paar Millimeter verlieren. Und zwischen diesen beiden Metallteilen ist eine Kunststoffscheibe, das ist sowas wie Ihr neuer Meniskus. Und darüber haben Sie dann die Oberfläche von Ihrem Kniegelenk letztlich neu gemacht und damit auch wieder belastbar gemacht. Wie lebt es sich mit so einem künstlichen Knie? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie vor der Operation mit Ihrem Patienten klären müssen, weil sonst ja auch mal so ein Thema wie Unzufriedenheit vom Patienten nachher übrig bleibt. Sie leben mit einem künstlichen Kniegelenk viel besser als vorher, aber nicht mehr so wie mit 20. Das heißt, Sie können viele Dinge Ihres Alltags plötzlich wieder machen. Sie können längere Spaziergänge machen, Sie können Radfahren gehen, Sie können bei uns in Bayern auch wichtiges Thema sowas wie Skifahren gehen. Das können Sie wieder machen, aber es gibt ja auch verschiedene Menschen, die noch höhere Ansprüche haben oder die auch beruflich noch so hohe Ansprüche haben, dass man ehrlich sagen muss, dieser Eingriff alleine wird ihn nicht glücklich machen. Er muss tatsächlich was am Arbeitsplatz ändern oder er muss in seiner sportlichen Aktivität was ändern. Nur in diesem Gesamtpaket wird er letztendlich auch glücklich werden. Woran liegt das? Was macht das? Was funktioniert denn dann nicht mit dem künstlichen Knie? Naja, es ist ein Ersatzteil. Es ist zwar ein sehr gutes Ersatzteil, aber es ist halt doch nicht mehr so von der Stabilität her und vom Kniegefühl wie ein eigenes Kniegelenk. Ich denke, das ist so das Hauptthema. Wie stelle ich mir das vor? Also so als würde ich das Knie nicht mehr so gut in der Gewalt haben, nicht so gut führen können? Oder hat das was zu tun mit der Beugefähigkeit, die Ihr früher oft zu wünschen übrig liest? Da hat sich, glaube ich, viel geändert in der Beugefähigkeit. Also das ist nicht mehr das große Thema. Also es gibt zwar extrem Leute, die sowas wie Yoga machen wollen. Da muss man sagen, das wird wahrscheinlich schwierig werden in der einen oder anderen Position. Aber für den Alltag ist die Beugefähigkeit nicht mehr die Limitation. Aber es ist halt einfach das Thema Kraftentwicklung und schneller Positionswechsel. Also dieses sehr schnelle Ansteuern eines Gelenkes, das glaube ich, ist halt einfach nicht mehr so wie bei einem nicht ersetzten Gelenk. Ja, nun ist ja das Knie im Verhältnis zur Hüfte sowieso noch etwas, naja, exponiert. Es ist ja weniger drumrum. Nicht so viel Fleisch, nicht so viel Knochen, das ist auch nicht so im Körper drin. Kann es also auch passieren, dass mir dann diese Prothese kaputt geht oder der Knochen da rum dann kaputt geht? Das kann Ihnen bei der Hüfte auch passieren. Also letztendlich ist das Thema Verschleiß der Endeprothese unabhängig vom Gelenk, das es ist. Das Kniegelenk ist halt ein deutlich komplizierteres Gelenk. Die Hüfte ist ein Kugelgelenk, was sich in einer Pfanne letztendlich nur dreht. Das ist biomechanisch nicht wirklich schwierig und das ist auch für die Führung des Gelenkes, für den Körper nicht so schwierig. Beim Kniegelenk ist es so, Sie rollen dieses Knie nach hinten ab, ja, es rollt nach hinten ab und gleichzeitig gleitet es noch und dreht sich ein bisschen. Und dies so zu kopieren mit einem künstlichen Gelenk ist schon sehr schwierig. Und wenn man sich jetzt dennoch zu dieser OP entschließt, weil man weiß, nur so wird man die Schmerzen los, das ahnt man ja dann. Wie lange bin ich gehandicapt nach der OP? Es geht deutlich schneller als die meisten sich erwarten. Also Sie stehen am ersten Tag nach der Operation auf, natürlich mit Hilfe und Sie steigen am dritten, vierten Tag Treppen und sind normalerweise nach einer Woche aus dem Krankenhaus spätestens draußen. Und dann gibt es die Möglichkeit der ambulanten oder stationären Reha, die auch die meisten wahrnehmen. Das sind nochmal drei Wochen und dann sind Sie für den Alltag tauglich. Das heißt, Sie können wieder Auto fahren, Sie können so die kleineren Dinge zu Hause machen, sitzende Tätigkeiten schaffen Sie dann auch so langsam. Aber jetzt Berufe, wo Sie viel auf den Beinen sind, wo Sie vielleicht auch noch heben müssen und so weiter, da dauert es dann doch schon eher zwei bis drei Monate, bis der Patient wieder in die Arbeit geht. Ja, wo man eigentlich auch krankgeschrieben wird vom Arzt, tatsächlich. Also man fällt da schon eine ganze Zeit aus. Wenn man jetzt diese Operation scheut, wenn man jetzt sagt, komm ich will doch nochmal probieren, da kann man doch vielleicht was essen oder ich kann eine Flüssigkeit trinken oder viel Sport hilft, damit der Knorpel durchblutet. Es gibt ja ganz verschiedene Ansätze. Was davon sagen Sie, naja, kannst du mal ausprobieren, könnte was bringen? Ich glaube, das A und O ist Gewicht. Ja. Also das Körpergewicht. Was ist da die Orientierungsgröße für Sie? Das Normalgewicht? Naja, also ich glaube, so hohe Ziele müssen wir uns nicht setzen. Es gibt ja diesen BMI, also diesen Body Mass Index, wenn Sie dazu eine Zahl haben, die kleiner ist als 30, dann ist es super. Wenn Sie größer als 35 sind, dann ist es ein echtes Problem und dann sage ich den Patienten häufiger auch, vielleicht schalten Sie erstmal die Gewichtsreduktion vor, bevor wir auch über so ein Thema wie Operation sprechen. Also es gilt nicht nur für die konservative Therapie, das Gewicht zu verlieren, sondern auch für die Operation und auch dann später für die Haltbarkeit des Implantats, dass der Patient sich doch ein bisschen an diese Gewichtslimitationen auch hält und auch orientiert. Und ansonsten all die klauselbildenden... Das ist, glaube ich, das Thema Nummer eins, Gewicht. Dann muss man ein bisschen schauen, dass das Thema Beweglichkeit und Muskulatur gut genug ist. Also die Führung, ne? Von der Muskulatur links und rechts? Ja, das gilt für die Hüfte wie fürs Knie. Also ich glaube, das ist einfach wichtig. Viele können ja zum Beispiel jetzt am Knie das Knie nicht mehr ganz strecken, bevor sie in die Operation kommen, oder sie tun sich auch hart mit dem Beugen, bleiben dann hier ungefähr hängen. Das kann man doch über Physiotherapie versuchen, ein bisschen zu verbessern und auch die ganze Ansteuerung der Muskulatur einfach zu betreiben. Bewegung ist auch Ernährung des Knorpels. Also von daher zum Beispiel auf den Heimtrainer gehen und ein bisschen Fahrrad fahren ist für das angeschlagene Gelenk sicherlich besser als nichts zu machen. Ja, also von daher Gewichtsreduktion, Bewegung ohne Belastung und dann können sie zusätzlich noch die Themen wie Nahrungsergänzungsmittel, Akkupunktur, all das ausprobieren. Da gibt es aber leider relativ wenig harte Daten dazu. Ich habe viele Patienten, die sagen, ja, es hilft mir, aber ich habe fast genauso viele Patienten, die sagen, ich habe jetzt schon fünf Spritzen hinter mir und es hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Also von daher ist es leider doch oft eher ein Ausprobieren, was hilft dem Einzelnen. Aber dadurch, dass diese Therapie letztendlich ja nicht wirklich wehtut, ist es etwas, was man immer versuchen kann. Vielen Dank für die interessanten Informationen. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund! Und wir sehen uns wieder auf, wie es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und wir sehen uns wieder auf, wie es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und wir sehen uns wieder auf, wie es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und wir sehen uns wieder auf, wie es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und wir sehen uns wieder auf, wie es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und wir sehen uns wieder auf, wie es hilft, es heilt die göttliche Kraft!